Danke vielmals! Danke! Wir haben schon angesprochen, dass ihr Markt für Klipzig aus Chur gerade, dass ihr alle da seid. Das ist unser erstes Konzert seit einer zweimonatigen Sommerpause. Kommen wir doch alle mal ein bisschen näher. Es ist noch viel Platz da. Einen zwei Schrittchen. Wir wissen nicht. Und wenn es geht, hätte ich meinen Gesang noch ein bisschen mehr auf meinem Monitor. Das war's für heute. So Leute, ich möchte mich in diesem nächsten Song. Der Song heißt The Takeover. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh.